So, das Video geht los. Ja, ich mache einen Dungeon, kurz und knapp und fertig. Und hier ist der liebe Timon oder Matrix oder was weiß ich. Real Star 01. Ja, du machst auch jetzt bald hier Shakes und Fidget Let's Plays, ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Wenn irgendwas dickes kommt, dann werde ich es aufnehmen. Ja, dann abonniert mal, Link ist in der Beschreibung. Und ich mache jetzt den Dungeon hier, den Räuberhauptmann Stufe 90. Da müsste ich einen Epic bekommen, wenn ich ihn schaffe, aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt eine neue Waffe. Moment, da ist er noch mal rein. Neue Waffe ist ziemlich sick, ich bin Rang 3. Ich war auch kurzzeitig mal Rang 2, aber egal. Was sagst du, schaffe ich den, Räuberhauptmann? Ja, wenn du ein paar Crits machst, dann solltest du das schaffen. Ja, ich muss ja viel ausweichen. Der ist so... Wie viele Stufen ist der höher? 25 Stufen ist der höher. Ach ja, du bist ja hier Grundschafter, ne? Genau. Ja, ich gebe jetzt noch so 16 Pilze aus, das reicht mir dann. Ach, fast geschafft. Aber theoretisch müsste ich den schaffen. Weil andere haben den auch schon geschafft und das sehe ich ja gar nicht ein. Und mit der epischen Waffe müsste ich das aber eigentlich hier schaffen, ne? Ist das schon... Oder ich muss erst bis Stufe 66 warten, da habe ich keine Lust zu. Ach, der hat noch 24.000 Leben. Jetzt gebe ich auch ein paar mehr Pilze aus. Der muss liegen. Hau ihn weg. Ach, ich habe ihn geschafft. What? What? Geil. Haben wir ja. Ich habe denselben Ring wie vorher bekommen. Das war das einzige Item, was ich noch austauschen wollte. Geil. Das ist so sick. Mehr Glück geht gar nicht. Ja, super. Ich hoffe, ihr habt jetzt meinen Vater nicht im Hintergrund gehört. Aber ist auch egal. Jetzt fehlt mir nur noch... Warte mal, Pirat Blutnase. Ne, der war 96. Den schaffe ich nicht. Hier, der Geschickhekner. Den schaffe ich auch noch. Hier, Sumpfkrieger. Warte, wir mal noch ganz kurz. Sorry, Matrix. Du musst noch ein bisschen warten. Ja, ja. Aber den muss ich nur schaffen. Den muss ich einfach schaffen. Der hat 1600 Geschick. Ich habe mehr. Viel mehr. Okay, ein bisschen mehr. Alter, warte mal, warte mal, warte mal. Da rüstet ein bisschen was auf. Und hier geht auch noch was. Und da geht noch was. Und da geht noch was. Und den Rest spende ich mal. So, und by the way, wir machen gleich ein Minecraft Let's Play weiter. Oder fangen wir an. Ach, geschafft. Beim ersten Mal jetzt. Noch ein Epic. Nur mal so zur Info. Geil. Plus 64. Hier, guckst du dir an. Epic, Alter. Nice. Alter, lacker. Einfach nur ein Lacker bist du. Jetzt kommt, warte, grüner Rex. Ist das auch ein Geschickgegner? Ne, Stärke. Sehr gut. 94. Den könnte ich auch schaffen. Ich gebe mal so ein paar Pilze für den aus. Das ist nur, weil ich jetzt hier mit bei bin. Deswegen schaffst du es jetzt. Ja, also ihr müsst auf jeden Fall RealStar01 abonnieren. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Nur dank dem habe ich jetzt Glück. So, einen Lippenpilz noch rund. Ne, den mache ich dann morgen. Ist ja egal. Ich habe jetzt ja schon wie viele Dungeons. 41, das reicht ja. Mann. Und 88,06% Album. Und wir machen noch einen letzten Kampf gegen Blizzard. Mal gucken. Gegen Blizzard. Ist in meiner Gilde, aber es wird ja wohl verkraften, wenn ich einmal angreife. Es ist relativ ausgeglichen, je nachdem, wer öfters Critze macht. Und ja, in diesem Fall hat er zwei Critze gemacht. Gut. Rang 5. Gut, ich mache weiter Aldus. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.